Errodynamikus, Dreckus, Loch am Arschleck, Michus, Nullbockus, ich habus, ich kann euch gar nicht töten, das ist geil. Dam, didam, dipdam, gut. Und weg mit dir. Wo, war da oben grad ein, den hab ich nicht mal gesehen, verdammt. Aerodynamik, wow, Crash, Crash, Crash. Alter, scheiße. So, okay. Verdammte Wichse, ist das unfair. Oh man, ich hätte vielleicht früher irgendwie da reagieren sollen oder irgendwie irgendwas früher denken können, aber pff, ist nicht meine Art, Leute, ist überhaupt nicht meine Art. Wow. Verdammte Wichs, Pennerkacke, Arsch, Mist, Drecks, Hurebums, Renn. Wow, Glück gehabt. Wow, nochmal Glück gehabt. Weg mit dir. Nein, er kommt mir hinterher. Weg mit dir. Ja. Weg mit dir. Okay, wo, 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 Zwischenspeicher, jetzt. Nö, 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 kaputt gemacht, irgendwie. Gin is a par, how, but it has worked somehow. Ja, Affen in den Boden geworfen, aber hat ihr klappt. What the? Egal, ich frag nicht nach. Okay, okay. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. Wow. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. Es wird ein Lied. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. Äh, Bums. Gut. Oh Gott. Klatschen, klatschen, klatschen. Spring, spring. Boah, gut. Okay. Eins, oh, naughty, naughty, weg von meiner Plattform. Abklatschen. Yeah. Hier rüber, so. Okay, dich muss ich da einfach... Ah, das klappt. Wow. Okay, jetzt. Beeilung, 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 Beeilung. Jetzt muss ich ihn irgendwie wegbomben, den nächsten. So, gut. Wieder einen wegbomben. Gut. Alter. Wow, 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 wow. Okay, wieder einen wegbomben. Wow, ist das knapp. Alter. Das ist eine kranke Scheiße hier. Boah, nein, nein, nein. Na. Äh? Nein. Ich kam doch gerade so weit. Das war doch schon fast gut. Aber im Ernst, ey. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. Ah, ne, hier brauche ich ja noch keinen. Das war geil. Didi, du bist der King. Didi, fang deine Mütze. Geiler, Didi. Geil. Geil. Okay, los. Hier. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. So, abklatschen. Geht ja natürlich nicht. Jetzt. Naughty, naughty, weg von meiner Plattform. So, weg. Und du, auch weg. Och, man. Naughty, naughty. Du bist auf meiner Plattform. Der König. Oh Gott, genau. Wo war das nochmal? Du bist in meinem Firmament. Da, 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 da. Abklatschen! Boah, Gott. Okay, das war... Keine Ahnung. Ach ja, hier. Naughty, 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 naughty. Oh weia, oh weia. Okay. Jetzt geht's wieder rund. Bam, eins. Alter. Ah, die Musik ist zwar wunderbar, aber das ist so schwer gerade. Also für mich nicht unbedingt so schwer, aber man stirbt und dann darf man halt alles nochmal machen. Und das sind so Sachen, die mich ankotzen. Die mich tierisch ankotzen. Wow. So. Und mit tierisch meine ich tierisch. Tierisch! Nach oben. Nach links. Oh Gott. Okay, nach... Oh Gott. Oh Gott! Es sieht so aus, als wenn wir es fast geschafft haben. Ja! Ah, gut. Halt uns alle. Aber hat er. Ich kann meine... Ich kann meine Zunge. Cranky's go here. So. Hast du nicht neulich noch Windeln getragen? Ah, ah, ah. Ja. Ihr Kinder seid doch alle schrecklich verweichlicht. Ja, 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 ja. Als ich noch ein Jungspund war, gab es noch richtig schwere Spiele Tetris Asteroids. In einem richtigen Spiel würdet ihr nicht mal zwei Minuten durchhalten. Moment, das heißt, das hier ist kein richtiges Spiel. Ich halte hier keine eine Minute durch. Ich könnte Donkey Kong Quanti. Ja, kenne ich schon. Ganz mal ein Leben durchspielen. Komm, komm. Weiter. Früher da waren's... Wie kenne ich doch schon. Alter Affe. Oh. Bla, 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 bla. Komm. Ja, und... Zwei Leben. Drei Vorspulen. Danke. So. Und... Nackys Rache. Yeah, der nächste Endgegner ist... Hi, Nacky. Bounce. Lecker. So. Bounce. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Okay, gut. Du schießt jetzt also mehrmals. Ja, ja. Ja. Okay, gut. Das wird jetzt... Allerdings wird's jetzt ein Problem. Weil... Ja. Genau deswegen. Nein. Nein. Wow, 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 wow. Wow. Bounce. Einmal noch. Eins. Zwei. Wow, 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 wow. Wow, fett. Jetzt wird Nacky cool. Warum er lila ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. So. Ja, ja. Schieß mal deine eine. Wow. Das ist wie eine Rakete. Ah. Wenn ich näher an dir dran bin, schießt du langsamer. Okay, gut, danke. Das ist ein entscheidender Tipp für mich. Ha, 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 ha. Wow. 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 Ficken. Didi. Ah, Didi-Stulle. Und jetzt. Einmal noch. Didi. Didi. Alles hängt von dir ab, Didi. Nein, Didi. Eine Kokoslust, die am Boden rumrollt, tötet dich. Das ist sehr interessant, Didi. Dann steh mal auf und atme frische Luft ein. Öh, tot. Oh, ich trinke ein Glas Wasser. Öh, tot. Ich guck mir den Spiegel an, der ist tot. Na was, ich hab die Tastatur gedrückt. So, ich sterbe jetzt. Ist mir egal. Wenn ich die Tastatur einfach mal drücke. Ja, Kokosnuss in den Arsch geschoben. Bums. Der zweite Entgegner, also jetzt, der bereitet mir Probleme, komischerweise. Ich weiß nicht warum, weil mein Tastatur spinnt. Gut, okay, ich kloppe auch ungefähr alle drei Stunden mal so richtig fett drauf. Aber, naja. Eins, zwei, Bärns. Ich hasse es, wenn er da oben ist, weil... ...dann genau sowas passiert, ja. Ja, ja. Na, oh Gott. Gut. Jetzt geht's ein bisschen ab im Dschungelkäfig. Ja, einmal noch. Ich hoffe es zumindest. Ich weiß es ja nicht mal. Ich sag's immer nur. Shit. Jetzt, Didi, Didi. Mach deinen kleinen Funkstolz. Juhu. Funky Stolz gemacht. Juhu. I... ...like Bananas. Pfang deine Mütze auf. Auf nem Gummireifen. Neben einer Riesenbanane. Natürlich, Affe. Natürlich. So. Gallionsplanken. Endlich King K-Roll. Rarararaaraaraaraa. Okay. Bis nachher. Fang real over and out. Kf-kf-kf-kf-kf-kf!